Das Degussa Girokonto ist in Deutschland nicht so bekannt, bietet aber einige Extras, die sehr interessant für Dich sein können. In diesem Video zeigen wir Dir die Vorteile, aber auch die Nachteile vom Giro Digital Plus der Degussa Bank. Wir sagen Dir, worauf Du achten solltest und ob das Konto das Richtige für Deine Ansprüche ist. Wie gut ist das Degussa Bank Girokonto? Das zeigen wir Dir jetzt. Hallo und herzlich Willkommen bei Geldrat. Wenn Dir das Video gefällt, dann lass uns gerne eine Like da. Wir würden uns sehr freuen. Die Bank Die Degussa Bank nennt sich selbst die Worksite Bank, die Bank an Deinem Arbeitsplatz. Statt klassischer Filialen betreibt sie sogenannte Bankshops auf Betriebsgeländen von Unternehmen sowie in Industrie- und Businessparks. Mittlerweile gibt es in Deutschland 230 dieser Bankshops. Die Vorteile des Degussa Bank Girokontos Vorteil Nr. 1 Kostenlose Kontoführung Die Kontoführung ist kostenlos, wenn Du das Konto als Lohn- oder Gehaltskonto nutzt und dabei ein monatlicher Betrag von mindestens 750 Euro eingeht. Unabhängig vom Mindestgeldeingang ist es kostenlos, wenn Du unter 27 Jahre alt bist. Erfüllst Du keine der beiden Bedingungen, werden monatlich 5 Euro an Kontoführungsgebühren berechnet. Vorteil Nr. 2 Startguthaben Derzeit gibt es eine Startguthaben-Aktion, bei der Du eine Willkommensprämie von 75 Euro erhältst, wenn Du 3 Monate den Mindestgeldeingang für die kostenlose Kontoführung sicherstellst und monatlich 5 Transaktionen in Höhe von mindestens 25 Euro stattfinden. Das können Überweisungen, Kartenzahlungen und Lastschriften sein. Vorteil Nr. 3 Kostenlose Combo-Card Bei der Degussa Bank erhältst Du mit der sogenannten Combo-Card zwei Karten in einer, die Giro-Card und die Mastercard. So kannst Du die Karte in Deutschland, weltweit und auch online nutzen. Vorteil Nr. 4 Kostenlose Bargeld-Einzahlungen Beim Degussa-Konto sind Bargeld-Einzahlungen in den Bankshops kostenlos. Vorteil Nr. 5 Kostenlos Bargeldlos bezahlen In Deutschland hast Du mit der Giro-Card-Funktion der Combo-Card die größtmögliche Akzeptanz. Überall wo Kartenzahlungen akzeptiert werden, kannst Du mit der Karte zahlen. Mit der Mastercard-Funktion kannst Du zudem im Ausland und online bezahlen. Vorteil Nr. 6 Kontaktlos bezahlen ist möglich Die Combo-Card enthält einen NFC-Chip. So kannst Du sie ganz einfach zum kontaktlosen Bezahlen nutzen. Bis 50 Euro ohne PIN oder Unterschrift. Vorteil Nr. 7 Chip-Tan-Verfahren Mit dem Degussa-Konto ist Online-Banking ohne Smartphone möglich. Dank der Combo-Card wird hier auch Chip-Tan unterstützt. Vorteil Nr. 8 Einfacher Online-Konto-Wechsel-Service Mit dem digitalen Konto-Wechsel-Service können sämtliche Zahlungspartner ganz einfach umgestellt werden. Die Nachteile vom Degussa-Giro-Konto Das Giro-Digital-Plus-Konto bietet aber nicht nur Vorteile, sondern natürlich auch Nachteile. Und die zeigen wir Dir jetzt. Nr. 1 Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos. Bist Du älter als 27, wird ein monatlicher Mindestgeldeingang von 750 Euro benötigt, um das Konto ohne Kontoführungsgebühren zu führen. Nachteil Nr. 2 Möglichkeiten zum Geldabheben sind eingeschränkt Kostenlose Bargeldabhebungen sind in Deutschland nur an den Automaten der ING, an Cashpool-Automaten sowie in Degussa-Filialen möglich. Damit steht Dir insgesamt nur ein sehr kleines Netz an Geldautomaten zur Verfügung. Außerdem ist Geldabheben im Ausland leider nicht kostenlos möglich. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie Du mit dem Degussa-Konto in Deutschland und weltweit kostenlos Geld abheben kannst. Wie das geht, zeigen wir Dir gleich. Nachteil Nr. 3 Auslandseinsatzgebühren Nutzt Du die Mastercard Debitkarte außerhalb Deutschlands, wird eine Auslandseinsatzgebühr in Höhe von 1% bei mindestens 77 Cent und maximal 3,83 Euro berechnet. Am Geldautomaten kommen zusätzlich weitere 1% bei mindestens 3,95 Euro und maximal 5 Euro dazu. Vermeiden kannst Du die Gebühren mit der Karte, die wir Dir gleich als Ergänzung vorstellen. Nachteil Nr. 4 Der Dispo-Zins ist sehr hoch. Der Zins für den Dispo-Kredit liegt bei 13,79% per annum. Im Vergleich mit anderen online geführten Girokonten ist das sehr hoch. Nachteil Nr. 5 Mobiles Bezahlen wird nicht unterstützt Aktuell ist mobiles Bezahlen mit einem Smartphone oder einer Smartwatch nicht möglich. Lohnt sich das Degussa Girokonto? Unsere Bewertung Das Degussa Konto eignet sich nicht für jeden. Es ist interessant für Dich, wenn Du bereit bist, das Konto als Gehaltskonto zu nutzen und eine kostenlose Girokarte oder auch das Online-Banking ohne Smartphone wichtig für Dich ist. Nachteile wie das kleine Netz an Geldautomaten in Deutschland und die Gebühren beim Einsatz der Combo-Karte im Ausland kannst Du ganz einfach mit einer kontounabhängigen Karte umgehen. Hier empfehlen wir Dir die Bank Norwegian Visa-Karte. Sie kommt ohne Jahresgebühr. Mit ihr kannst Du an jedem Automaten mit Visa-Zeichen, also mehr als 97% aller Automaten kostenlos Geld abheben und das weltweit. Außerdem sind auch Kartenzahlungen weltweit gebührenfrei. In jeder Währung. Die genutzten Beträge lässt Du dann ganz einfach automatisch vom Degussa-Konto abbuchen. Das Konto und die Karte verlinken wir Dir unter dem Video. Wenn Dir das Video zum Degussa Girokonto gefallen hat, dann würden wir uns über einen Like sehr freuen. Und wenn Du noch Fragen zum Degussa Girokonto hast, dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.